Yo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Tutorial über die Dimensionen. Wir haben ja im letzten Tutorial was angefangen und jetzt geht es weiter. Ich habe gemerkt, dass die Textur Fire nicht gibt, das heißt Fire Layer 0, aber Fire ist dann irgendwie dumm. Deshalb machen wir jetzt einfach irgendwas anderes, deshalb machen wir einfach Dirt. Ich mache jetzt unseren Dirtblock hier, aber das soll uns nicht dran stören, weil, ja. So, die Language Registry hat auch schon gepasst, also da haben wir auch keinen Fehler gemacht und bei dem, wo wir das Material, wer sich noch dran erinnern kann, wo ich nicht genau wusste, mit dem Material hier bei Portal, da stimmt mit Get Material, das muss auch so heißen. Gut, jetzt machen wir weiter mit unserem Portal. Ja doch, wir fangen mit unserem Portal an, nämlich können wir erstmal diesen String hier rauskappen, den brauchen wir nicht. Dann, äh, super hier bei Portal, das ändern wir um in Mod, äh, nee, nicht in Mod-ID, sondern Tutorial, Tutorial Dimension Main.Mod-ID plus Doppelpunkt Portal. Portal, da wird nämlich die, ähm, wie heißt, Teil übergeben, äh, fuck, sorry, äh, ähm, 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 die Textur übergeben natürlich. Ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen und, ähm, Material muss natürlich Portal sein, also, muss nicht, aber es wäre angemessen. Und, ähm, hier, dass da false steht, das bedeutet, dass, äh, um das Portal was rumgeladen, glaube ich, wird. Ich schaue einfach nochmal nach, kann man, das ist das Coole, man kann ja immer nachschauen, wenn man das nicht weiß. Es wird ja auf so ein Field gesetzt, naja. Äh, äh, ne, naja, ich kann es jetzt nicht, ja, das brauche, äh, das wird auch immer übergeben. Lass es auf false, das ist wie das normale Minecraft-Portal, man muss hier nicht immer alles verstehen, weil das ist so kompliziert per Klasse und ich habe jetzt auch keine Lust, das ewig lang nachzuforschen. Man kriegt es schon meistens raus, aber es macht jetzt auch nicht so viel Sinn, deshalb würde ich es einfach mal lassen auf false, wie es so in Minecraft gesetzt war. Gut, das andere, ähm, lassen wir hier eigentlich auch so alles. Bis auf, ja doch, das lassen wir hier auch. Ähm, dann, ähm, müssen wir aber zu, ähm, ähm, on entity call it with block on and, also STRG F ist suchen, dann suchen wir das, das haben wir hier. Und, äh, hier steht ja sowas drin, wir löschen alles bis auf hier raus, weil das schreiben wir alles selbst und dann machen wir hier noch paar 1, world oder so, ich benenne das jetzt einfach um, damit ich da nicht durcheinander komme, weil ich habe mir das schon so rausgeschrieben und da habe ich das halt paar genannt. Das sind übrigens die nächsten, die nächsten drei Integers und Koordinaten, wo der Block dann ist. Äh, ja, doch, wo das Entity mit dem Block kollidiert. Das nenne ich jetzt einfach paar 2, paar 3, paar 4 und das hier ist, ähm, Parameter 5 und, ja, da schreiben wir noch Entity dahinter. Gut, ähm, jetzt kommt fast wieder sowas rein, was davor auch drin stand. Jetzt kommt nämlich if, zwei Klammern, par 5 Entity dot writing Entity, nicht writing by Entity, sondern writing Entity, ist gleich null, ähm, und, ja, das bedeutet und, ähm, par 5 Entity dot writing by Entity jetzt, ist gleich null, und, ähm, ja, habe ich das in zwei Klammern gepackt, was ich hier nochmal zwei Klammern nenne, äh, par 5 Entity, wahrscheinlich könnte man es auch die eine Klammer weglassen, ich mache es jetzt hin, weil ich jetzt keine Lust habe, einen Fehler zu machen, instance of, entity, player, player, mp, gut, dann, äh, drei Klammern zu, und hier runter, aber auch kein Fehler mehr, jetzt haben wir eine lange if, ähm, ja, teil gemacht, dann, schreiben wir entity player mp, ist gleich, äh, Entity player mp player, ist gleich, ähm, Kassel zu Entity player, zu G player mp, natürlich, sorry, und das ist brav, so, dann, äh, holen wir jetzt noch den Minecraft Server, Minecraft, Server, den nennen wir zum Beispiel, mc, Server ist gleich, ähm, Minecraft Server, nein, ich möchte jetzt keinen Wizard selekten, mp, Server, dort, ähm, get server, gut, dann haben wir die beiden Variable angelegt, dann können wir jetzt mit der if Schleife beginnen, if, player, dort, time until portal, das bedeutet, wenn er ins Portal reingeht, ist gleich, ähm, größer 0, dann, also, in unserem Fall machen wir das nicht, dass da so, das hin und her wackelt, sondern, wenn er in das Portal reingeht, dass er gleich geportet wird, ich werde jetzt auch euch zeigen, wie man das noch hinbekommt, wenn man das so möchte, aber, ich mache das jetzt erstmal so, dann schreiben wir, player.timeuntilportal ist gleich 10, dann, äh, machen wir eine neue, ähm, else if Schleife, else, if, klammer auf, player.dimension, ist gleich nicht, also nicht, äh, ausrufezeichen ist gleich, ähm, äh, tutorial.dimensionmain.dimid, weil hier arbeitet man immer mit Dimension IDs, dann, ähm, player.time.untilportal ist gleich 10, gut, dann, ähm, player.mcserver, server. ähm, getConfigurationManager, dot transferplayer, transferplayer2dimension, müsste das sein, ja. Und übergeben wird der Player, ähm, und unsere Dimension, also unsere ID von unserer Dimension, wir könnten jetzt theoretisch auch die Overworld hernehmen, wir nehmen natürlich unsere Dimension her, nämlich TutorialMain, weil wir sind hier, hier haben wir nämlich abgeprüft, wenn er nicht in unserer Dimension ist, dann soll er ja in unsere Dimension rein. Wir haben das jetzt nicht abgeprüft, ob er in der Overworld ist, oder im Neta, oder im End, er könnte theoretisch überall das machen, das können wir auch noch machen, dass er nur aus einer Dimension in die andere kommt, aber wir müssen halt abprüfen, dass er nicht in unserer Dimension ist, weil wenn er in unserer ist, soll er nicht gleich wieder in unsere zurückkommen. Das macht irgendwie dann keinen Sinn. Und deshalb holen wir uns hier noch die DimID. Äh, und natürlich müssen wir noch übergeben, nämlich New, ähm, Tutorial, das ist eine Klasse, nämlich ein Teleporter, mit dem wir das teleportieren, das haben wir jetzt noch nicht angelegt, die Klasse, deshalb wird es da jetzt ewig lang Fehler geben, aber ich schreibe das jetzt trotzdem ein. Tutorial, äh, Dimension, äh, Teleporter, Teleporter, und übergeben wird dann, ähm, mc-server, dot world, ähm, server-for-dimension, und dann wird wieder unsere Dimensions-ID übergeben, so Tutorial, äh, Dimension-Main, dot, Dim-ID, dann gibt es jetzt nur noch den Fehlermelder, weil die Klasse noch nicht existiert, die legen wir jetzt aber noch nicht an, und dann schreiben wir noch unten else, else, klammer auf, player, dot, time-until-portal, ist gleich, 10. Dann, ähm, player, ähm, mc-server, dot configuration-manager, das ist ja zu ähnlich, weil jetzt, äh, sind wir nicht in unserer Dimension, nicht in der Tutorial-Dimension, sondern, also jetzt sind wir in der Tutorial-Dimension, meine ich, weil hier haben wir geprüft, hier wird alles abgefangen, wer nicht in der Tutorial-Dimension ist, und wer jetzt in der Tutorial-Dimension ist, also in unserer Dimension, der kommt hier, wird hier abgelesen, und dann soll er natürlich in die, ähm, normale Dimension, also in die Overworld transferiert wieder werden, weil, ja, man könnte es jetzt natürlich machen, dass man auch in den Neta kommt, aber, ich mach das mit der Overworld jetzt natürlich, dann schreiben wir Transfer Player, two Dimension, übergeben wird natürlich wieder der Player, und, äh, unsere Dimension, da können wir einfach 0 reinschreiben, weil 0 ist die Overworld, wird die normale Welt, und dann noch New, ähm, jetzt kopiere ich mir den, sonst schreibe ich den wieder falsch, übergeben wird dann, ähm, oh, äh, ich bin dumm, natürlich, muss ich jemand anderen an Telefon nehmen, nämlich den hier, und übergeben wird dann, ähm, wieder, mc-server, dot-a-world, server-for-a-dimension, und dann wieder 0, weil das, unser ID 0 ist, von der Dimension, gut, jetzt gibt es hier diese zwei Fehlermeldungen, die werden wir, wahrscheinlich im nächsten Tutorial, beseitigen, ähm, jetzt werden wir erstmal hier ein bisschen was umändern müssen, weil, hier drin müssen wir jetzt erstmal, machen wir Steuerung F wieder zum Suchen, jetzt suchen wir, Fire, jetzt müssen wir den, äh, ja, das war hier, können wir das weg machen, weil, äh, das würde ich nicht umändern, äh, dieses Get Material, das ist nicht richtig, jetzt ändern wir das hier, diesen Block Fire, ändern wir jetzt um, in, äh, alles was Block Fire ist, replacen wir nämlich jetzt mit, ähm, Tutorial, Dimension, 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 dot, ähm, das wollen wir gegen unseren Portal Maker, Maker replacen, replace, find, jetzt gibt es es nicht mehr, jetzt haben wir das replaced, dann, äh, ist das hier geändert, und dann müssen wir alles noch, warum ist der jetzt hier noch rum, ach ja, das war natürlich schlecht, dann machen wir das manuell natürlich, ähm, sorry, dass es jetzt ein bisschen gedauert hat, manchmal komme ich auch nicht drauf, Tutorial Main, dot, ähm, Portal Maker, ja, mit dem Stadt, dem Block Portal, wird hier, ähm, Tutorial, Dimension, Main, dot, Portal, eingesetzt, kopieren wir das, suchen hier nach, äh, Logs, dot, Portal, das gibt es nämlich hier nochmal unten, und das replacen wir mit unserem Portal, replace all, jetzt sind alle Portals, ähm, von uns replaced, durch unsere, und jetzt müssen wir noch den Blocks, dot obsidian, müssen wir, ähm, noch durch unseren Block replaced, nämlich durch Stone, replace all, damit das Portal auch auf unsere Blöcke funktioniert, gut, dann, ähm, sollte hier alles richtig geändert sein, und dann können wir erstmal das Portal schließen, weil jetzt gehen wir erstmal hier in den Portal Stone, und dann müssen wir, nee, hier müssen wir gar nichts mehr drin machen, glaube ich, ich schaue nochmal schnell nach, nee, hier muss nichts drin sein, aber wir müssen in den Portal Maker, müssen wir was reinschreiben, hier kommt nämlich noch hinzu, eine Methode, nämlich, wir können natürlich noch mehr hinzuschreiben, ich schreibe jetzt nur das Wichtigste hinzu, nämlich, Public, das muss auf jeden Fall rein, sonst funktioniert es nicht, Public, Void, On, Log, Edit, dann übergeben wird, World, World, Int, X, also die Koordinaten jetzt, Int, Y, Int, Z, und ja, mehr wird nicht übergeben, Gut, dann noch importieren, und, jetzt machen wir eine Abfrage, if, jetzt könnten wir theoretisch die Dimension einbauen, nur ich habe das jetzt ausgebaut, weil das bei mir nicht funktioniert hat, weil man dann nicht mehr aus der Dimension rauskommt, deshalb werde ich jetzt das für alle Dimensionen machen, nämlich, Volt, Dot, GetBlock, X, äh, GetBlock, X, Komma, Y, Minus 1, Komma, Z, und wenn dieser Block, ist gleich nicht, also nicht ist, wenn das nicht unser Light Dimension Stone ist, ja, Light Dimension, ich bin dumm, ich bin gerade von meinem Mod, weil da steht noch Light Dimension drin, weil ich habe das aus meinem Mod rauskopiert, der vielleicht mal veröffentlicht wird, ich muss mal sehen, fand der ist nicht so perfekt, aber da habe ich halt auch eine Dimension erstellt, und jetzt ist das hier, äh, Stone, oder, das sind diese zwei Striche, wenn man, äh, Steuerung Alt oder Alt-G-R, äh, oder, oder, wenn man, äh, Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt gehen wir unsere Main-Class... Ne, jetzt machen wir neue Tutorials, sonst wird es wieder zu lang. Wir sehen uns dann in dem nächsten Tutorial wieder. Bis dahin.